Ich habe ja aus vertrauenswürdigen Quellen erfahren, beim neuen Jansky-Video gibt's ne Menge Blätten. Schauen wir mal, was da dran ist. Moin Moin Leute! Moin Moin Leute, Jonas hier und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge Blätten, Nate, die Box reinfährt. Oh nein, nein, nein! Marco fährt die Nordschleife. Aha. Da ist irgendwas passiert. Und Dennis verspottet McLaren's. Moin Moin. Nope. Nope. Ah, Mist. Nope. Ah, das war noch zu schnell. Nein, wir haben eine DT bekommen. Scheiße. Oh Mann. Nehmen wir heute alles mit, ja? Ah, scheiße. Das war ein richtiger Aussetzer gerade. Nope. Okay, Sascha. Ach, shit. Ach, ich habe Arsch. Das war dumm. Das ist übrigens nahezu, also ich, Blätten ist nahezu unmöglich, aber du hast es geschafft, Blätten. Du hast es einfach mal wieder geschafft, etwas zu schaffen, was fast unmöglich ist. Ich verkaufe meinen Rack, wer will, 3,50 Euro und ein Kamel. Sag mal, will er auch in seiner Box? Verkaufe meinen Rack, wer will. Bruder, 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 fang dich. Bruder, nein, fang dich. Was machst du denn? Oh Mann, du Pappnase. Vor allen Dingen, du Pappnase, Alter. Du hättest ja auch bremsen können, du Pappnase. Oh, Blätten ist schon nur noch in C. Ui, da ging es aber nach unten. Ja, weil der da so links, rechts, oben, unten, der war auf allen Strecken auf einmal. Oh, bleib da, bitte. No. Bitte, bleib da. Oh, hey. Das hat er mit Absicht gemacht. Was? Was? Was ist denn das für ein Call? Hat er mit Absicht gemacht? Der hat einfach Gas gegeben. Hat er nicht? Was soll denn das jetzt hier blätten, Junge? Was? Als ob du noch nie einen Fehler gemacht hast. Oh, nope. Ich will mich ja nicht selbst loben, aber das habe ich verdammt gut gemacht. War wirklich nicht. Ich habe jetzt noch fast... Und dann das. Das habe ich verdammt gut gemacht. Boah. Bruder, freie Blätter. Oh, Moses, ich bin's. Okay, das war gar nicht so schlecht. Oh, mein Gott. Wie bin ich hier durchgekommen? Ich weiß nicht, wie... Oh, mein Gott. Wie habe ich das hier überlebt? Bruder. Bruder. Was soll das denn? Hallo. Es kann halt nicht jeder Triple Screen oder Ultra Wide fahren blätten. Hab doch mal ein bisschen Verständnis. Nope. Yo. Oh, das funktioniert das nicht. Bruder, wo soll... Was machst du? Wo willst du hin? Ich bin's. Ach, Bruder, Mann. Lass doch Platz. Ach, komm, was soll denn das? Mann, ich fahr doch schon ganz links. Nee, zweimal auf... Oh, Blätten hat einfach doppelt abgeliefert. Zweimal das Ding. Nee, stimmt gar nicht. Das ist eine andere Kurve. Nehme ich zurück. Dann färben wir jetzt fast jede Kurve durch. Dann fahr mal die Scheiße mit Schaden unten. Ja, fahr mir auch noch ins Auto. Ach, Mann, ey. Warte, bis morgen. Noch Action. Ja. Und tschüss. Mann. Ich kämpfe grad mit alles. Nein. Warum ist das passiert? Oh, jetzt Auto tot. Jetzt Auto tot. Scheiße. Och, nee. Ja, Mann ist tot, Alter. Ach, Mann. Du, hättest du das gedacht, bei der kaputten Scheibe, dass der eventuell kaputt ist? Also, hätte man voll ausgehen können. Mann. Aber es wäre wahrscheinlich ein anderes Rennen gewesen. Boah, die Bluflake, Alter. Junge. Was sei denn, du zerstörst? Nope. Mann. Och, Junge. Oh. 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 Okay. Junge. Ähm. Ich hatte Angst. Warum müsste immer so was vor mir passieren? Das ist gefährlich. Mein Gott. Menschen. Leute. Menschen. Was passiert hier? Alter. Scheiße. Ich will hier weg. Also, seitdem es die Nordschleife gibt, sieht ACC in allen Streams gar nicht mal so gut aus mehr. Weil alle irgendwas runterdrehen mussten, damit es nicht leckt. Oh, no. Ah, gut, der blinkt aber. Okay. Das war ambitioniert. Jetzt hat es ihr ledigst. Oh. Oh. Suspension. Nope. Kann schar sein. Ah. Jetzt hat es sich erledigt. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ich kann ich doch erinnern, bitte. Nein. Ich muss im Nein. Nein, 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 nein. Was kommt jetzt? Ich habe mich im F***ing Glick sozusagen gemeldet. Oh, nie. Ja, okay. Rippaller. Das ist der Ewig. Oh, mein Gott. Oh Mann, Chat, wir werden 100% sterben Ich wollte den Lexus nicht wählen Ich wollte den, ich wollte Maka nehmen Äh, danke Zum Glück ist mir das auch schon Dreimal passiert Ich fühle es Oh nie, Mann Warum muss ich auch den Scheiß-Lexus wählen Einfach mal die Augen aufmachen Ach, ich geh nicht vor, oder? Den McLaren lief scheinbar dann auch nicht besser Nein, 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 nein Sieht nicht so ausblätten, du Hat also keinen Unterschied gemacht Ab Lexus oder McLaren Ähnlich aus Ja, du verschenken wolltest jetzt auch Ich bin gebremst Hallo, ich bin auch da Mann, du Volltrottel Nö, er sagte sich so Nö, mach ich eng jetzt Ich bin auch da Och ey, ist das zum Kotzen, Mann Ich bin Blätten und ich war auch dabei im Jansky-Video Größtenteils Eigentlich könnte das ein Blätten-Highlight-Video werden Nope Das Ding ist so durch Die Frage, die ich mir gerade stelle, ob Blätten in dieser Woche auch ein gutes Rennen hatte Ich glaube, ist eine berechtigte Frage Scheinbar nicht Scheinbar nicht Scheinbar nicht Scheiße Geh wieder an Los Nein, invalidated Oh, scheiße Ich bin auf der Idealie Oh, Herr Reyes Ja, ich freue mich auch für alle, die noch fahren können Also, ich kann es fahren, aber ich kann sie nicht fahren Also, weißt du, wie ich meine? Nö, wo kriegen Turn 1, Alter Einfach Zucker Immer 80 wide Warte Wir machen Ich bin 81 Ich geh auch da rein Ach, so viel Agrar war da gar nicht Nun ja Ach, Jansky hat schon so viele Nordschleife-Videos durch Nur weil ich jetzt mein erstes hier fahre Werden wir da trotzdem nicht im Video auftauchen Oh Ich fahre ihn auch noch nicht Warum fahre ich ihm hinterher? Er will es, wirklich Er will, dass wir sterben Ich habe Mike's da nicht eingelenkt Ich verstehe die Leute nicht Ich verstehe Ich verstehe es einfach nicht Aber das ist okay Weil ich schon wusste, dass da jemand gerade auskommt Also, ich finde, für mein erstes Rennen Nordschleife Nehmen wir hier schon sehr viele Ereignisse mit Das finde ich eigentlich ganz schön Da ist irgendwas passiert Oh Oh Aber schön gefallen Da habe ich einfach mal vergessen, wie man die Kurve anfährt Ja gut Guck ich hin hier Es reicht, wenn du dir morgen den Quatsch angucken musst, den ich hier fabriziere The next day Woah So was Man, was ist denn das? Still there Clear left Yellow flag Das lieb ich so ein Lobby, so ein Scheiß Noi? Clear left Yellow flag You're in the middle, three wide Es lieb ich so ein Lobby, so ein Scheiß On your left Clear all round The body works in pretty bad shape The fuck Der hat ja komplett durchgezogen Das war ja Aber sowas von auf Tod und Verderben What? Yellow flag You're in the middle, three wide Es lieb ich so ein Lobby, so ein Scheiß On your left Clear all round The body works in pretty bad shape The body works in pretty bad shape Was ist der Bonus? Es ist Blätten Es ist Blätten Es ist Blätten Aber auch ganz weit weg von der Box Janski wie du clipst das Alter du kommst mit 260 Klamotten an Ne passt schon Ich glaub bei Blätten seiner Zeitrechnung Da funktioniert Muss man ja auch mal testen Ne haste recht Blätten Muss man auch mal testen Das stimmt schon Für die Wissenschaft kann man auch mal Acht Kilometer Zu spät bremsen Ja ne 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 Schön Es war ne nette Blätten Compilation Janski Das war nicht die Box Vor allen Dingen dann auch noch einlenken Alter mit dem Haha Blätten Junge Riecht mir total aus Das ist wie mein Boxenstopp gestern Im äh Im äh Im Im Rennen Im Nesca Liga Rennen Da sah mein Boxenstopp sehr ähnlich aus Blätten Ja Deswegen bist du auch einfach mein ACC Spirit Animal